So zwei levels stehen noch bevor jetzt erst mal noch ein bisschen strand also die ruhe vom sturm ja schon Aber leider sind wir wieder gefesselt seele zu seele herz zu herz sind gefesselt Die musik Komm her ich will den ball mitnehmen weil die ist so ein spandball Ich bin die beach ball Volleyball ja wie klein ist bitte das kabel und zwischen uns Komm ich will das coole ding Nice wir haben Okay Drück in der luft x warte lass das noch machen Nein komm drauf das andere Ja danke Das ist gerettet hier runter hier runter ich will hier runter Die leute sind sie gut kommt Ist es ja hier ist das geschenkt hat neu das war gerade einfach aus zufall Biko und nico v ich darf auf dieser war das nachmachen ich stehe auf die drauf komm Ich stehe auf dir Das war eine falle ich werde ich jetzt kaputt kicken Wir helfen hier bitte bitte es ist halt wirklich einfach so ein chill der will muss halt schon warum warum schreibe rum ich stelle dir das mal mit gott nicht so geil ey du bist ein idiot wer du hoffentlich müssen wir nicht da hochkommen ich will das ja wir beenden aber wir müssen heute einer kann hoch springen aber dann kann andere nicht hoch er macht trotzdem mal doch da den anderen ziehen wir hochkommen gott bist du schwer hast du gegessen hühnchen mit reis jetzt muss ich auch noch hoch ja okay darf auf die stehen bye bye wir brauchen den ball ja 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 gut 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 da muss er runter nein nein er muss runter nein er kommt nicht runter was macht der ball balli wir spielen haben wir haben verkackt nein nicht mehr es war einfach den ja kommt jetzt nice aus dem weg idiot junge der muss auf dem nein muss er nicht muss er nicht jetzt kommt mein traum stein ich will auch ja ich auch nouden Oh, Mann. Okay, komm. Danke. Hier, warte. Lass mich rüber. Zieh dich. Muss ich aber auch ziehen lassen. Komm schon. Komm schon. Fall runter. Das Hühnchen ist zu schwer. Nein. Ich häng doch schon. Das geht nicht. Komm. Spring. Spring. Ich spring doch. Ähm. Hä? Es ging doch gerade. Komm, spring. Konntest doch gerade springen. Ach, komm. Das nochmal von rechts. Hä? Ich geh einfach durch. Wir sind zu dumm. Oh, Mann. Ich muss da von oben was holen. Okay, was ist das jetzt hier? Sorry. Was machst du da? Keine Ahnung. Müssen wir lang? Das ist so kompliziert. Ach, darum. Die Milone oder den Kaktus oder was auch immer das ist. Ist das Milone? Kaktus? Nee, weißt du, was das ist? Was denn? Dein Leben. Deshalb muss das jetzt weg. Nice. Ah, jetzt können wir durch. Nein. Das muss da drauf. Oh. Nein. Was machst du? Wie war das, was du? Da hinten ist was. Okay, ja, nicht. Yay. Wie fandest du das selber jetzt so? Also selber war super. Also besser wie das letzte, wo wir zusammengehangen haben, fand ich. Und jetzt kommt das letzte Level. Danach aber ist es noch nicht vorbei. Danach haben wir noch Bestkickmeisterschaften. Ja. Da muss er jetzt noch mal wach sein. So. Level 9. Nein. Oh, nein. Let's go. Du musst den Hebel aktivieren. Ich kann nichts machen. Wieso muss ich den Hebel aktivieren? Weil ich nichts machen kann. So, jetzt aktivieren nochmal. Dankeschön. Hä? Hä? Hast du gerade gesehen? Nein. Mein Fuß, der ist gerade durch den ganzen Bildschirm gegangen. Nein, ist er nicht. Das ist eine Lüge. Ach so. Ach so, ja. Sorry. Danke, Mike. Jetzt bin ich stuck. Das war sein Plan. Hehehehe. Hier ist ein Secret. Hier ist ein Secret. Secret. Hä? Wow. 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 Geiles Secret. Allerleute. Bestes Secret ever. Gut, die Musik geht aber richtig ab. Das ist ein so unterschiedliches Trophäe. Was? Das ist ein Trophäe? Wo? Nein. Jetzt. Jetzt. Mach, 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 mach. Wow. Oh. Ach, jetzt geht das. Warte. Moment. Junge, wie soll ich denn das kicken, ohne dass das gleich durch Halbafrika fliegt? Moment. Ähm, Moment. Ich hab ne andere Idee. Äh, schuldigung, geh mal drauf. Ja. Geh mal drauf. Ich glaub, wie cool das für später. Und jetzt ist es hier trotzdem... Ja, und dann? Ich komm da nicht hoch. Soll ich auch nicht. Kick nochmal den Blauen. Ja, wow. Ja, kick mal, kick mal, kick mal. Nein, okay. So, nice. Wow, wow. Okay, ciao. Spaß. Du bist nicht einfach alleine. Ah, ne, du kommst durch. Okay, alles klar. Nein. Okay, was war das jetzt hier? Ui, das ist ein pinker Schalter. Guck mal, da schleudert mich. Wuhu. Wuhu. Ein bisschen jetzt gleichzeitig. Nein. Ich muss jetzt mal wieder hoch. Ja, dann komm nach... Du musst zu mir. Future is now. Warum hängt der das Schild eigentlich? Also nach der Story ist er ja eigentlich... Oh, es war ja noch Spaß. Vielleicht ist es ja noch vorher. Hm. Sind wir zurück in der Vergangenheit? Oder zurück in die Zukunft? Ja, kommst du? Ich komme. Oh, hi. Hi. Oh, bye. Obama. Was hat jetzt Obama damit zu tun? Da muss er noch links. Vielleicht muss das nächste auch zu mir. Jetzt 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gut gemacht. Fuck. Warte, ich mach. Oh. Ja, was denkst du denn, was du machen musst? Hier, hast du noch einen zweiten Ball. Pach, meiner fliegt sofort rein. Und deiner nicht. Dein Ball ist nicht annähernd so gut wie meiner. Das ist sogar zehnmal besser wie deiner. Äh, das wollen wir aber wetten drüber. Meiner ist Qualität gelb. Ich kann da nicht hoch. Scheiße. Ja komm, mach du das doch, wenn du es besser kannst. Nein. Tschüss, Mike. Achso, ich muss auch noch. Nein. Nein. Warte, wie komm ich jetzt wieder runter? Du musst mit mir ins Ziel, das weißt du. Aktiviert den Schalter. Mike voll stuck. Ja, was soll ich denn bitte machen? Ja, nichts. Yes, ich hab die Schalter aktiviert. Wie hast du es gesehen? Ich dachte, ich wäre wirklich stuck. Runter, runter, hier, runter. Komm, raus, raus, raus. Sch, sch, sch. Los, los, los. Move, now. Los, Vladimir. Nein. Warte, 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 da oben ist was. Darum vielleicht die letzte Trophäe. Sonst fehlt noch eine. Komm. Da oben. Loll, wie wollen wir da hochkommen? Hä? Vielleicht mit den Steinen irgendwas machen? Vielleicht sind wir nicht umsonst hier. Da kann man die überhaupt bewegen. Lass mal, lass mal, lass mal. Das macht doch gar nichts. Dann kann man die gar nicht bewegen. Aber uns fehlt ja noch ein Trophäe, ne? Ja. Bei da unten ist er aber auch noch ein Trophäe. Äh, w- lol. Okay. Nein. Was soll ich denn jetzt machen? Nein, komm, lass mich nur so machen. Lass mich machen. Lass mich machen. Komm, please. Nein, ich mach das jetzt, weil ich schon hier oben bin. Nein. Haha, wer ist jetzt schon hier oben, hä? Ja. Nein. Nein. Tja. Lass mich machen. Nein, ich mach jetzt das Geschenk. Der muss wahrscheinlich hier hoch, oder? Ich vermute mal. Alter, das ist tricky. Nein. Yes. Nein. Yes. Komm schon. Jetzt ist es geschenkt. Yes. 100%. Wuhu. Piku und Niku V, ich trete dir in den Arsch. Hehehe. Sammler-Achiefment, Leute. Ich hab alles geschafft. Wuhu. Dafür deine Sache, das war aber noch nicht geschafft. Was in die Arsch zu treten, doch da. Das hier. Tschau. Tschau. Ja, was mach ich jetzt? Ey. Tja, du musst da zu zweit. Tja. Komm mal da, solltest du vielleicht mehr mal geben. Damit dich hier... Ja. Äh, okay. Tschau. Warte. Yes. Hehehe, es ist weg. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Juhu. Tschau. Ey, du hast das vergessen. Was denn? Wir haben alles. Nein, da. Warte noch. Ich hab 100%. Letzko, komm. Was soll denn denn bitte noch sein? Ach, die brauchen wir. Dann nehm ich mal mit. Ja, das ist was. Geil. Sag mich, Leute. Nee, mach. Mach's meine Eis weg. Was denn hier? Äh, äh. Äh, komm. Komm. Was denn hier? Was denn hier? Nein. Yes, komm. Yes. Kriegen das hin? Wir kriegen das hin? Yes. Yes. Uh, uh, uh. Okay. Der Alpha. Hat mir da den Kick grad wieder. nicht im blauen nicht im blauen kicken nein nein ich habe gesagt was mache ich nein der blaue ist das ende ja ja ich kann das auch das kicken auch überhaupt nicht steuern so was das für ein müll ich bin ja andere richtung jetzt kommt komm 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 jetzt richtig richtig nein nein nicht runter jetzt ja nein ja kompasst ist egal wir müssen das ich guck gerade das anders hätte ich mich das hätte mich immer verarscht ja kommen wir rüber ich war mit sich allein ist ich hatte es mir vor allem was mit den kindern das mit der milch hast du dabei die habe ich gegessen ich bin vorgemacht okay ich bin aber durch so schnell hätte ich den first try geschafft ja wir geben sehr große genau mal das war ein joker ja können wir spielen ja dann ohne wieso wird das davon nicht betroffen das ist ja lustig wenn es davon mit hoffen wäre ja du machst so wie bist du davon gekommen du fährst in die bar sagt der barmann ich bin erster oh fuck nein warum kann man hier lang wenn es nichts gibt ich komme ja schon und bb die musik ich hab gewonnen hast du das ja hast du das hast du das ja und das waren alle level doch ganz fertig sind wir noch nicht haben 10 minuten gebraucht dafür längstes level ok ok meinung zu den leveln level 1 so war solide level 1 war solide ja level 2 ich kann mich nicht mehr daran erinnern weil es ist ja dass wir da ganz viel mit dem wasserhahn machen müssen ja muss ich nur mal drüber nachdenken ich würd sagen auch solide erstes rennen erstes rennen kacke war ich gewonnen ja 4 kacke weil wir zusammen gewonnen weil wir zusammen gewonnen und keine ahnung wir sind doch beste freunde wir müssen immer zusammen halten aber nicht so dicht gefesselt wie fandest du das stachel level das hat viel getan ok das hier ich fand es cool dass Mike die ganze zeit auf mich angewiesen war fertig ok was ist mit dem hier ey das hat mir Spaß gemacht das rennen ja ne weil das einfach ein Kopf und Kopf rennen war das vorletzte level also es war besser wie das erste wo wir zusammen gewonnen waren und das das hat mir Spaß gemacht ok ok also du hast ja jetzt zweimal gegen mich im rennen verkackt ne ja du hast jetzt eine ehre verloren ne nein hab ich nicht möchtest du deine haltz mal möchtest du deine ehre beim basskicken wieder aufbauen ja ok let's go es gibt nur eines was meine ehre wieder herstellen kann das ist den avatar zu suchen den avatar zu finden den avatar zu finden best of three würde ich sagen oder derjenige der der drei wins hat hat gewonnen guck mal der wird hier äh der wird hier äh ange.. nein 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 ja ja yes nein ja dachtest du eigentor ne ne ja natürlich eigentor dachtest du aber ist nicht ist nicht drin was wird das stark ja man merkt es ergerne Mike ergerne auch ein bisschen im gehirn stark ne oh nein ja ja nein kein eigentor ja das war von unten durch das war von unten durch hab mal gesehen aber da darf was von oben durch hab mal von unten durch Mike hä hä wie gefällt dir das hm ja 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 nein 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 noch hast du nicht gewonnen doch noch ne Runde 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 ich hab gesagt best of free das war doch jetzt best of free 3 Runden gewinnen hab ich gesagt geil ein lag Wow, gut gemacht, ja, GG, ne? Oh, weißt du, was wir mal spielen müssen, wenn wir... Nein! Weißt du, was wir mal aufnehmen müssen zusammen? Nein! Ja! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich die ganze Zeit anbrüllst! Nein! Du, 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 du! Yes! Ja! Come on, nein! Ja! Ja, 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 nein! Ja, nein, nein, nein! Ja! 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 Uh 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 uh! Das Finale. derjenige als erstes dreimal gewonnen hat das ist jetzt so das ultrafinale von pico nico und danach machen wir einfach sein abo special 3 minuten nach so eine szene wo wir so tanzen oh das fängt schon an ja was sagst du denn fuck als ob das direkt bei mir ist ja man ich weiß ich bin der beste nein nein ja 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 noch eine runde ich gebe dir noch eine chance Deine Ehre ist so komplett verschmottet, voll komplett verwüßt mit dieser Wassermelonenball. Mann! Aber wenn ich den gewinne, habe ich meine Ehre wieder, oder was? Nein, habe ich nie gesagt. Erst muss ich einen Avatar suchen. Nein! Oh! Ich dachte gerade, du riffst ihn rein! Nein, 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 nein! Yes, yes! Mike, pfui! Aus! Was heißt der pfui? Nein, nein, nein! Nein, rein da! Rein da! Nein! Yes! Nein! Was denn, Ingi? Ingi-chan, du hast verloren! Nein, 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 nein! Ich habe gleich verloren, wenn ich es weiter mache. Nein! Was sah das gut aus? Oh! Komm auf! Nein! 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 Na! Oh, nice! Ja, wir haben gestorben! Wir haben durch ein Eigentor gewonnen! Ja, wir haben gestorben!